Hallo, mein Name ist Anna Capazzini. Ich bin Europaabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Ich finde eine Sache ganz wichtig zum Europatag. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass es ganz viele nationale Alleingänge gab. Es gab Exportrestriktionen von Medizingütern, Grenzen wurden geschlossen, finanzielle Egoismen. Ich glaube, man kann aus dieser Krise lernen, Europa funktioniert am besten, wenn wir gemeinsam handeln. Wir brauchen Europa, um die Krise zu überwinden und für all das kämpfen wir Grüne.